Musik Ja, Geschichten, oder? Ich wollte mal eine Geschichte erzählen, Uschi. Ich erzähle dir mal eine Geschichte aus meinem Leben. Das ist ja immer sehr spannend. Ich habe ein ganz spannendes Leben. Vor langer, langer, langer Zeit habe ich auch nochmal Software entwickelt. Das ist schon verdammt lang her. Und da war ich bei so einer relativ großen, nicht unbekannten Firma. Und das war dann ab und zu so, weil man dann sich so, du hast ja da gesessen, hast kodiert und gemacht und irgendwie ist die Zeit so schnell vorbeigegangen und dann war es schon mal 6, 7 Uhr abends und dann hast du einfach immer weitergemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und dann plötzlich hat dann so ein Grummeln gehört. Das war fast wie so ein Donner oder sowas im Hintergrund. Und dann denkst du, was ist jetzt los? Und plötzlich erkennst du eine sehr tiefe Stimme, die dann sagt, hallo, wie geht es denn so? Und dann kam der auch dann bei mir vorbei und, oh, der Braun, ich komme mal zu dir und setze dich dann neben mich. Und das war dann der CTO. Also das war eine große Firma, ein paar tausend Leute. Es ist also nicht so, dass du jetzt ständig dem begegnet bist, vielleicht mal auf der Treppe und hast genickt. Aber naja, er saß, und was machst du denn da gerade so? Zeig mir doch mal. Und dann bin ich hingegangen und habe ihm mal so ein bisschen gezeigt, was wir da so gerade treiben. Und der war total Fragen gestellt und war total interessiert und das war spannend. Und ja, das hat mich unglaublich motiviert, hat mir unheimlich Spaß gemacht, wie dieser Typ dann eigentlich wirklich richtig ein Interesse an meiner Arbeit hatte und mir Vorschläge gemacht hat, Feedback gegeben hat gleich. Und ich denke, ach, wie cool ist das denn? Und da bin ich nach Hause gegangen und war richtig glücklich. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und sowas passierte immer mal wieder. Der hat sich einfach die Zeit genommen. Der ist ja dann, ich bin nach Hause, der ist ja nochmal zurück ins Büro und hat weitergearbeitet. Das war halt so ein Workaholic. Aber das war einfach eine tolle Sache. Das war ein super Gefühl. Und ja, das hat doch schon irgendwie was ausgedrückt über die Art, wie das in dieser Firma zuging. Ja, ich finde das total spannend, weil ich habe auch bei Firmen gearbeitet, wo ich das Gefühl hatte, da ist eine Kultur, die prägt uns alle im Denken, wie wir arbeiten. Und eine war ein deutscher Hardware-Software-Hersteller, den es nicht mehr so in der Form gibt. Ja, manche werden da schon wissen, wie er gemeint ist. Und er wurde eines Tages aufgekauft von einem Großkonzern. Und ich war damals schon nicht mehr dort. Ich habe da unheimlich gern gearbeitet. Es war recht hemmsärmlich manchmal. Und dann wurde der von so einem Traditionsunternehmen aufgekauft. Und ich war damals schon bei einem Beratungsunternehmen im Projekt. Und der Abteilungsleiter erzählte mir mal, sie hätten so eine Maschine noch von diesem deutschen Hersteller. Und für ihn war das immer so eine spannende Geschichte, wenn von dem neu gegründeten Unternehmen aus diesem Merger heraus Vertriebsleute kamen, die kamen immer zu zweit. Und er sagt, er hat immer in zehn Minuten gewusst, wer kommt von welchem Unternehmen. Das war sein privates Hobby, da eine Wette abzuschließen mit sich selbst. Und er sagt, er hat immer recht gehabt. Die Kulturen haben es so geprägt, dass man innerhalb von zehn Minuten an der Art, wie die Leute agiert haben, wussten, aus welchem Stall die kommen. Das ist total spannend. Und auch was sich dann so verändern kann in so einer Kultur, dadurch, dass sich Veränderungen ergeben im Unternehmen. Echt, bei denen hat es nicht geklappt. Die waren vielleicht nicht ganz kompatibel genug oder sich dessen auch nicht bewusst. Okay. Ja, ich denke dann auch immer dran, dieses Unternehmen, von dem ich erzählt habe, war ja relativ lange bei denen. Und dann hat sich die Führungsriege verändert. Und gegen Ende, wo ich dann auch gesagt habe, naja, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich. Da saß ich dann mal mit dem, das war der CEO, der neue CEO, der hatte uns dann eingeladen. Es ging dabei um mobile Strategie Anfang 2000. Das war schon sensationell, dass wir überhaupt darüber gesprochen hatten. Aber wir hatten da so einen im Unternehmen, der hatte sich das ans Hemd geheftet und hat gesagt, das ist mein Ding. Und das war dann in den Abteilungen, wo ich jetzt mit Management getan habe und noch ein anderer. Wir waren dann also zu dritt beim CEO, haben dann so alles mögliche erzählt darüber. Und dann hat er den einen rausgeschickt, der den mobilen Guru hat gesagt, ja, okay, Sie bleiben nochmal da. Und dann das Erste, was er gesagt hat, nachdem er die Tür zugemacht hat, den brauchen wir nicht mehr, den feuern wir jetzt. Und ich bin beinahe vom Stuhl gefallen, ja, und das war irgendwie so, das ist so diese Antipoden, ja. Also, was ich vorher erzählt habe, am Anfang meiner Zeit dort, wo der CTO vorbeikam und sich den Stuhl angezogen hat, mit mir darüber geschwätzt hat, was wir da machen. Und da war dieser Typ, der sagt, ne, den brauchen wir nicht, den feuern wir jetzt. Und das hat er mir dann noch gesagt, brauchte ich nicht zu wissen. Ich hatte ja, also das war völlig verrückt. Also, wie sich diese Kultur dann auch durch, auch gerade die Führungskräfte sehr stark verändert hat in dieser Firma, war gut zu beobachten. Ja, Kultur haben wir jetzt ein paar Mal gesagt. Ja, bitte. Aber manchmal, glaube ich, ist es auch eine Frage, in welchem Entwicklungsstadium befindet sich ein Unternehmen. Das ist ja spannend, mal drauf zu gucken, was Kultur eigentlich ausmacht. Ja, ja. Also, wir haben da hinten eine Definition von Kultur hingegen, die dürft ihr euch nachher mal gehen. Also, bitte jetzt nicht da versuchen, das alles durchzulesen, aber ich nur so einfach als kleine Idee, was wir dann glauben, beziehungsweise, das ist ein Herr Edgar Schein, ziemlich bekannte Person, Professor, glaube ich, in Harvard auch und so weiter, der hat sich da ziemlich viel Gedanken gemacht, hat eine sehr schöne Definition, das ist eine deutsche Übersetzung, die hoffentlich einigermaßen ist, ich habe noch ein bisschen daran umgedoktert, ich weiß nicht, im Englischen, finde ich, hört sich es noch besser an. Aber wir haben jetzt mal die deutsche Übersetzung da hingehängt. Das dürft ihr euch gerne jederzeit mal geben, es hängt jetzt noch da, wir werden es dann irgendwann heute Abend wegräumen. Genau. Okay, nein, was uns aber wichtig ist, ist eigentlich auch darüber nachzudenken, wenn wir so eine Kultur haben, was für eine Kultur haben wir denn überhaupt? Erstmal überhaupt zu verstehen, was ist denn Kultur und wie erkenne ich denn, was für eine Kultur befinde ich mich? Ja, wir reden ja jetzt hier von, dass Kultur, ja, alles beeinflusst, alles verändert. Ich meine, ich als agiler Coach, wie oft bin ich in Firmen reingekommen und habe mir die Zähne ausgebissen, dort versuchen, was zu verändern, aber diese eingefahrene Kultur, die dort herrschte, war einfach nicht veränderbar und da war Agilität einfach nicht möglich. Also ganz klar, vielleicht habe ich auch versagt, weil ich es nicht geschafft habe, die Leute mitzunehmen und die Kultur dort Veränderungen anzuregen, aber genau darum geht es hier heute. Was können wir tun, wenn eine Kultur einfach sehr stark eingefahren ist und was können wir tun, ob wir das nicht zu erkennen, wie ist die Kultur denn hier überhaupt aufgestellt und wenn ich das erkannt habe, wie kann ich vielleicht Maßnahmen treffen, um das zu verändern? Und das wollen wir versuchen in der verbleibenden Zeit jetzt nochmal mit euch zusammen rauszukriegen. Und wir haben da ein, ja, so ein Werkzeug gefunden, sage ich mal und dieses Werkzeug basiert auf einem Prinzip, das heißt Competing Values Framework, das heißt es geht um Werte, die eigentlich gegeneinander zerren. Ja, die einen sagen, wir finden Stabilität gut und die anderen sagen, wir wollen flexibilitär. Und das ist natürlich offensichtlich ein Wettbewerb zwischen diesen zwei, weil ich nicht alles gleichzeitig haben kann. Und dieses Framework, das wollen wir kurz mal hier an, an die Pinnwand machen und dann mal zu versuchen einzuordnen, wo waren wir denn da in diesen verschiedenen Kulturen und mal noch vielleicht ein paar Geschichten dazu finden. Jetzt müsstest du mir helfen, weil ich das Ding hier trage und wenn ich das hier irgendwie versuche, da dran zu nageln, oder vielleicht kannst du helfen, das dran zu machen. Ich nagel. Ja, du nagelst das dran, super. Also, im Prinzip gibt es diese zwei Dimensionen und da zerrt es in beide Richtungen. Und so einmal gibt es die Dimension, die über eben Flexibilität versus Stabilität ist, wo wir sagen, hier oben geht es um Flexibilität, da wollen wir flexibel sein. Da kannst du mal sehen, wie flexibel wir sind. Ja, genau. Ja, wir haben jetzt da eine deutsche Übersetzung auch wieder, die wir gefunden haben. Das ist natürlich original auf Englisch, Flexibility and Freedom to Act. Also, das heißt da, ich habe viel Freiheit, Dinge zu tun und kann flexibel agieren. Und unten ist dann eher als Gegensatz dann, fokussiert hieß es auf Deutsch, das ist eigentlich Stabilität und Kontrolle. Stability and Control steht da im Englischen dabei. Also, da ist es eher, es verändert sich eher weniger. Ja, und wir kontrollieren, wir haben eine sehr enge Art, damit umzugehen, mit unseren Prozessen umzugehen. In der anderen Dimension geht es eher um extern und intern. Ja, sind wir eher extern orientiert, Richtung Kunden orientiert? Wollen wir was liefern, rausbringen oder sind wir sehr stark mit unseren eigenen Prozessen involviert und so weiter? Also, auf der linken Seite, glaube ich, hier war interner Fokus, genau, Integration. Also, das integrative Denken, ja, und rechte Seite ist dann eben externer Fokus und im Englischen steht dann Differentiation auch. Ja, also, was mache ich anders? Ja, und bei dem einen ist es eher Integration, bei dem anderen Differenzierung. Ja, das sind so diese Dinge. Und jetzt überlegen wir uns, was bedeutet das? Und wenn wir uns jetzt die Quadranten anschauen, dann haben wir oben rechts den grünen Quadranten, glaube ich, ja. Und der wird übersetzt mit Kreativität oder, hier ruhig den grünen da fangen. Kreativität, das könnte ich sogar, wenn du willst das. Und der heißt interessanterweise, das fand ich einen total netten Namen, habe ich noch nie gehört vorher, Adhocracy, also von Ad-Hoc, Dinge Ad-Hoc machen, sehr spontan agieren. Ja, das heißt, ich habe einen externen Fokus, ich will was liefern, ich will rausbringen, ich will aber flexibel sein. Und dann sagen wir hier, kreativ Ad-Hocracy, das ist eine typische Kulturrichtung hier. Während, und da sagen wir, klar, wir können das so machen, da ist es charakteristisch, dafür ist Dinge als Erste tun. Ja, also ich will Vorreiter sein. Das ist diese Kultur. Wir legen Wert drauf, wir sind die Ersten, wir sind die Erfinder, wir machen neue Sachen. Klebt nicht so gut an dem, ja, wir hatten gedacht, da wäre so ein Papier auf der Pinnwand, hatten wir jetzt leider nicht. Gut, wenn wir jetzt, was haben wir als nächstes, das Blaue. Das Blaue ist der Markt, Konkurrenz. Das heißt, wenn wir hier unten hingehen und sagen, wir haben da eher Kontrolle und Stabilität, aber wir sind da externen Fokus, dann ist es so eine sehr Konkurrenz, wir wollen die Ersten sein, äh, nicht die Ersten, sondern wir wollen die Gewinner sein. Ja, also Dinge schnell tun, rauskommen damit und wir wollen gewinnen. Das ist eigentlich da unten das Ding, ja, stabil, Kontrolle, aber wir wollen die Sieger sein, wir wollen gewinnen. Ja, das Wettbewerb, hier geht es um Wettbewerb, Wettbewerb, Markt. Ja, wenn wir dann nach oben links kommen, dann haben wir diese sehr integrative, wir wollen flexibel sein, wir wollen aber auch nach innen integriert sein. Das heißt, hier geht es um Kollaboration. Das ist eine kollaborative Kultur. Im Englischen auch sehr schön Clan, ja, also der Clan. Ja, wir gehören zusammen, wir sind ein Team, da geht es um Teamwork und so weiter. Und das heißt, Dinge gemeinsam tun, ist dort das Thema. Und als letztes unten rechts ist das Kontrollthema, glaube ich wieder, Kontrolle. Im Englischen eigentlich die Hierarchy, also sehr stark strukturiert, nach innen fokussiert, integrativ, aber mit viel Stabilität und Kontrolle. Und das heißt, Dinge richtig tun, Effizienz. Ja, wir machen die Dinge richtig. Nicht also erster oder schnell oder was anderes, sondern richtig. Und das sind so ein bisschen die Charakteristika dieser Sachen. Ich glaube, Uschi kann uns dann noch ein bisschen Details dazu erzählen, für jeden dieser Quadranten eigentlich. Ich habe mal für euch als erstes so das Thema Konkurrenz, Market Culture. Da geht es also darum, um die Leistungsträger, Initiativen ergreifen, investieren. Und damit ist so als Merkmal, ihr habt Geschwindigkeit, eine sehr, sehr starke Gewinnorientierung, vor allem auf den Einzelnen hin. Ja, das wird die spannende Frage, ob es hält. Wir werden es sehen. Ja, Kontrolle, Hierarchie, es lebe der Prozess, die Strukturen, die geben Sicherheit, es ist vorgedacht, bringt Stabilität, hat auch durchaus was Gutes, ja. Ja, weil über manche Dinge brauche ich nicht nachdenken, Effizienz, Qualität, man kümmert sich dann eben um die Sachen, die vielleicht speziell mal sind. Der Rest ist schon klar. Wir haben hier nochmal die Clan Culture. Da geht es ganz stark um das Thema Kultivieren, gemeinsam Lernen, gemeinsam Wissen aufbereiten, Wissen teilen. Ein sehr starkes Wir-Gefühl, ja. Ihr werdet jetzt vielleicht schon denken, boah, das klingt cool, ja. Aber jede Dimension hat sozusagen wie eine Münze zwei Seiten, ja. Auf der Münze ist ja auch nicht nur die Zeile, da gibt es immer noch die Rückseite. Und so ist das hier auch. Hier könnte es zum Beispiel bei Clan ganz stark sein, das sind mir und die anderen sind außen. Habt ihr auch hier vielleicht so bei der Hierarchie die eigene Gruppe, ja. Hier habt ihr Adhocracy, Kreativität, erfunden, was erfinden, Innovationen haben, Wachstum. Das ist natürlich auch für uns ganz positiv konnotiert, aber es kann natürlich auch heißen, sich in Abenteuer reinstürzen, vielleicht wilde Aktionismus. Und wenn das in einem Unternehmen an verschiedenen Ecken passiert, die das nicht voneinander wissen, vielleicht auch verschwenden von Ressourcen. Die würden gemeinsam viel besser brainern können. Gut, und wenn man dieses Tool jetzt mal betrachtet, ist natürlich klar, man sagt jetzt nicht, eine Firma oder eine Organisation hat eine Kultur, die ist genau da, da, da oder da, sondern im Prinzip setzt sie sich aus allen dieser Dinge zusammen. Nur die Frage ist, wie stark ist welcher Quadrant vertreten in jeder Kultur? Und das ist eigentlich die große Frage, die man sich stellen sollte. Es gibt dazu tatsächlich dann Fragen, die man stellen kann, Fragebögen etc. Da werden wir jetzt nicht ins Detail gehen, um Gottes Willen. Und dann gibt es hier Skalen und dann kann ich praktisch so ein, wie so ein Spiderweb, oder hier ist natürlich ein Viereck, das ich hier dann mache, wo ich dann praktisch jeweils verorte, wo ich in diesen Bereichen mich befinde. Wo ich mir praktisch eine Diagonale vorstellen muss als Dimension und dann ist hier von 0 bis 100 und dann komme ich bei 50 bei hier raus und bei 30 hier und bei 100 hier oder so. Und dann kann ich sowas zeichnen und sehe, wo meine Kultur eher, in welche Richtung meine Kultur eher geht, wie die lastig ist. Das ist halt so praktisch die Aufforderung von uns, sich durchaus bewusst Gedanken darüber zu machen. Was haben wir denn? Wenn ich mir sage, unsere Kultur, die frisst alles auf und dies und das, dann überleg doch mal, was haben wir denn wirklich für eine Kultur hier bei uns? Wie sieht die denn aus? Und wenn da irgendwas besonders lastig ist, dann verstehen wir plötzlich vielleicht, aha, daran liegt es wahrscheinlich insbesondere, dass bei uns diese agile Transformation jetzt gar nicht so gut funktioniert. Die Frage, die ich mir dann stelle, wo funktioniert denn eine agile Transformation besser, wenn ich mir diese Quadranten anschaue, als bei anderen. Was wäre denn eure Meinung? Oben. Flexibel. Agil und flexibel sind ja so verwandte Worte, nicht wahr? Ja. Also das ist, bitte? Ich weiß nicht, aber wenn das Fokussierte fehlt, Fokussierte auf ein Ziel, ein schönes Ziel hinfällt, dann habe ich oft gesehen, dass man mit Aktionismus irgendwas gestartet wurde, aber sehr viel auch schnell austranzte. Ja, okay, genau. Genau, also du kannst nicht, und das glaube ich ist schon richtig, man kann nicht sagen, es gibt jetzt eine Kultur, die jetzt genau, also wenn ihr hier oben und hier null seid und hier überall hundert seid, dann ist es genau richtig, das würde ich auch nicht sagen. Man muss die Balance finden, aber tendenziell wird man Charakteristiker, die hier oben stehen, eher von agilen Prinzipien und agilen Werten sehen. Hier ein bisschen was, weil wir sagen ja auch, wir wollen zum Markt gehen, wir wollen den Kunden bedienen, wir wollen sehr schnelles Feedback haben, wir wollen zum Kunden liefern etc. Hier wird es wahrscheinlich möglicherweise am schwierigsten, sich zurechtzufinden und sagen, wenn ich da sehr stark eingeschwungen bin, dass ich sage, wow, das wird richtig schwierig, meine agile Transformation durchzuführen. Und ich muss vielleicht versuchen, das ein bisschen wegzubewegen. Habt ihr da vielleicht auch Geschichten, so was ihr erlebt habt, wo ihr sagen könntet, wo das eigentlich hinpasst von diesen Quadranten her? Heike. Willst du nach vorne kommen, ganz kurz, weil wir wollen das ja am Feuer erzählen, die Geschichte, das ist ja klar. Ich meine, das ist ein Problem, was ein großer Unternehmen ist. Also ich mache viele Schulungen bei Kuba, Vodafone, was weiß ich, Ergo und wenn das so Riesendampfer sind und dann wollen die alle agile Transformation machen, dann wissen irgendwie alle, dass das nicht so schnell geht, sofern es sehr, sehr große Unternehmen sind. Das ist so mein Aspekt, da geht es schwer, finde ich, oder es dauert lange. Also verortest du die hier mehr in diesem Bereich, dass sie hier ausgeprägt sind, einfach mit den Strukturen. Ja, also ich denke, wir... Wo ist denn deine Geschichte? Ja genau, wo ist er, das ist eine total spannende Sache, genau. Also ich meine, wo sind denn die Geschichten, die wir am Anfang erzählt haben? Also ich sehe auf jeden Fall diesen CTO, der da rumläuft und sich nebeneinsetzt und das garantiert viel ganz stark in diese Gegend. Wir sind ein Team, wir sind ein Team, wir gehören zusammen, wir geben uns Feedback, wir kooperieren, wir kollaborieren. Das sehe ich ganz stark hier gewesen. Da habe ich das Gefühl gehabt, ah, der ist da ganz, ganz toll drin. Während der dann, der frühere, der war dann volle Kanne hier. Der hat gesagt, hier, ich bin der Chef und ich sage euch, wie es geht und den schmeißen wir jetzt raus. Ja, ganz einfache Lösung. Ja, und so war das in meinem Beispiel auch hier, das aufkaufende Unternehmen als Traditionsunternehmen sehr, sehr hierarchisch geprägt. Viele, viele Unterschriften. Also der Vertriebsmann hat immer gesagt, guter Gedanke, ich werde mal fragen. Ja, und der Kollege aus dem anderen Unternehmen hat gesagt, klingt gut, mach mal. Ja, die waren gewohnt, einfach wirklich agieren zu können. Ja, und dann hinterher die Unterstützung sich zu holen. Ja, ich war manchmal nicht so ganz sicher, ist es mehr hier oder hier. Aber ich denke, so wie du sagst, dass man das ja gar nicht ganz trennscharf kriegt, ja, sieht man vielleicht manchmal, wo die Spitzen hingehen, ne? Also das ist nochmal ganz wichtig. Eine Kultur wird immer alle vier Quadranten irgendwie ein bisschen abdecken. Ganz sicher. Die Frage ist nur, welche sind besonders stark ausgeprägt und welche sind weniger stark ausgeprägt. Bitte. Warte mal, wir kommen gleich im Mikro. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz, ist zu sagen, welche Facette der Agilität will ich eigentlich anpacken. Wenn ich eh schon oben links bin, dann ist wahrscheinlich dieser Teamgedanke schon ausgeprägt und es gilt dann eher zu schauen, wie schaffe ich es, transparente Ergebnisse zu liefern. Also ich glaube, das ist so ein Quadrant, um zu sagen, okay, welche Facette müssen wir als erstes angehen, weil das andere wir schon mitbringen. Ja, ich glaube auch, dass manchmal in so Transformationen gerade die Diagonalen unheimliche Spannungsverhältnisse geben. Also ich habe bei einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, das selbst bei mir gespürt. Es war eigentlich so der Auslöser, dass ich gedacht habe, ich beschäftige mich mal mit dem Thema Kultur. Es ist nur spannend, dass ich gemerkt habe, dass hier diese Diagonale mich beschäftigt. Ja, also ich habe festgestellt, dass in etlichen Organisationen, in denen ich unterwegs bin, da unterschiedliche Ebenen von stattfinden. Nämlich, dass einmal wir eine existierende Kultur haben, die in unterschiedlichen Bereichen der Organisation auch unterschiedlich geprägt ist. Also das heißt, dass wir auf Teamebene häufig sozusagen schon in Kollaboration uns bewegen. Dass auf der anderen Seite aber eine, die durch die Unternehmensleitung gewünschte oder durch das mittlere Management gewünschte Kultur gepredigt und nach außen vertreten wird, aber nicht gelebt wird. Und dann ein dritter Teil stattfindet, der sozusagen auf Führungsebene sich in einem anderen Quadranten befindet, der dann tatsächlich anders gelebt wird als das, was man predigt und das, was die Operative lebt. Und das finde ich, sind die, das sind ganz große Konfliktherde, die da entstehen. Und die stehen aus meiner Sicht halt der Weiterentwicklung der einzelnen Organisationen ganz stark im Weg und die tatsächlich zu identifizieren und die auch mal klar zu machen, um zu sagen, okay, wo sind denn dann die Unterschiede, um überhaupt erstmal auf was zu kommen. Wo reden wir denn eigentlich von unterschiedlichen Dingen, weil wir sagen A, meinen B und haben aber C. Das ist ganz spannend, finde ich. Ja, das stimmt. Also das ist eine Erfahrung, die kann ich bestätigen. Das kommt mir auch oft entgegen. Es ist natürlich eine spannende Frage, wenn ich über so eine Veränderung, wenn ich sage, ich möchte jetzt was verändern, ich möchte Agilität. Wir reden ja hier von Agilität. Es kann ja auch sein, dass ich was anderes Kulturelles etablieren will, aber heute ist ja das Thema, wir wollen Agilität in der Form, in einem Unternehmen oder in einer Organisation, sage ich besser, etablieren. Dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, in welchem Bereich der Organisation will ich jetzt betrachten, will ich angehen. Ja, mit wem will ich da arbeiten, mit wem muss ich da arbeiten, mit wem will ich da arbeiten, welche Kultur kommt mir da entgegen, die meine Agilität auffressen würde. Das heißt, ich muss mich da sehr klar fokussieren, wenn das Unternehmen ausreichend groß ist. Wenn das Unternehmen klein ist, ist es vielleicht das ganze Unternehmen und damit ist es vielleicht sogar auch einfacher. Aber wenn ich ein großes Unternehmen habe, muss ich mir überlegen, ist das jetzt nur eine Abteilung, ist es die DB Systel versus die gesamte Bahn zum Beispiel oder nur Teile der DB Systel, die jetzt da betroffen sind, für die wir jetzt agieren wollen und sagen, da fokussieren wir uns jetzt drauf. Und dann zu sagen, lass uns doch mal versuchen zu analysieren, was dahinter steht hier. Wo stehen wir denn da? Sind wir jetzt hier oder hier oder wo bewegen wir uns stark und wo müssen wir Veränderungen erzielen? Und unsere Meinung ist schon, dass wenn man sehr lastig nach unten ist, besonders unten links ist, dann wird es schwieriger und dann muss ich wirklich daran arbeiten. Jetzt habe ich mangels, also diese Tapete ist wunderschön, aber sie ist unheimlich schlecht geeignet, um Sachen aufzuhängen. Und dann haben wir ein paar Sachen nicht aufgehängt, die jetzt hier rumliegen. Und das waren so ein paar Zitate, auf die ich gerne verwiesen hätte an dieser Stelle. Aber es geht da insbesondere darum, dass ich natürlich, dass es viele Aussagen gibt von vielen Koryphäen, die das wissen, die sagen, ich kann Kultur nicht verändern, also ich kann Kultur nicht planen. Ralph Stacey sagt ganz deutlich, es gibt gar keine Hinweise, wissenschaftlich bewiesene Hinweise, wo man sagen kann, wenn ich eine Kulturveränderung plane, dass das von irgendeinem Erfolg beschieden wäre. Das kann ich nicht. Ich kann keine Kulturveränderung durchziehen und planen. Ich muss andere Wege gehen. Ich muss vielleicht, sagen wir mal, Eckpfeiler, Leitplanken, Guidelines aufstellen, um zu versuchen, etwas zu adaptieren, etwas zu verändern in der Kultur. Falk, bitte. Wenn man sich überlegt, dass tatsächlich, also ihr habt das so geschrieben, wo funktioniert eigentlich, wo könnte Agilität gut funktionieren und wo nicht. Die Frage, die für mich sich immer dahinter stellt, ist, warum wollen wir Agilität? Das ist so die erste Frage. Was wollen wir erreichen? Und dann tatsächlich hinzugehen und zu sagen, okay, können wir das durch irgendeine Art und Weise so unterstützen und daraus bildet sich Kultur. Ich kann zum Beispiel nicht ganz nachvollziehen, ob diese Quadranten jetzt tatsächlich besser geeignet oder schlechter geeignet sind, um mit Agilität umzugehen. Ich glaube, dass sozusagen wir, wenn wir tatsächlich agil arbeiten, wir uns mehr oben rechts befinden tendenziell als woanders. Aber wenn ich tatsächlich Veränderungen hervorrufen möchte in dem Bereich, habe ich noch nicht so das Gefühl, dass irgendeiner von denen besser oder schlechter ist. Also nicht in wertendem Sinne. Denn ich habe schon viele Organisationen gesehen, die sich sehr stark oben in dem rechten Quadranten kulturell befinden, die aber mit Agilität tatsächlich überhaupt gar nicht umgehen können. Also da ist dann, naja, da ist dann halt Chaos das, was vorherrscht. Das andere ist wiederum Menschen, die sich ganz stark unten links belastet fühlen, dass die sogar diesen neuen Ansatz, diesen anderen Ansatz sehr willkommen heißen, weil er ihnen eine ganz besondere Befreiung bieten kann von einer Arbeitslast, die sie eigentlich gar nicht benötigen können an der Stelle. Und ich finde das einen spannenden Ansatz. Ich glaube, ich muss da nochmal mehr drüber nachdenken. Ja, die Idee ist einfach zu sagen, ich muss mal eine Ist-Analyse machen. Wo stehen wir denn überhaupt? Das ist eigentlich, um überhaupt agieren zu können, um überhaupt was Veränderungen vielleicht erzeugen zu wollen, die auch vielleicht kulturelle Veränderungen nach sich ziehen. Also das ist ja genau das, worauf ich raus wollte. Ich sage, ich kann nicht nur sagen, wir machen jetzt die Kultur anders und dann kommt die Agilität, sondern ich muss Dinge einführen, ich muss Dinge tun, um dann den Wandel in der Kultur auch zu erzeugen. Das ist ja auch das, was wir klar hier sagen wollen. Was aber kann ich tun? Ich will trotzdem nicht mich wie so einen Käfer auf den Rücken legen, mit dem Bein strammen und sagen, Agilität, Kultur passiert irgendwie, ich kann da nichts machen. Das stimmt auch nicht. Da bin ich überzeugt davon, dass es falsch ist. Ich bin überzeugt davon, du musst dir überlegen, was kann ich tun, um das zu beeinflussen, um einen Einfluss zu nehmen. Und das sind eigentlich die spannenden Fragen, die wir eigentlich jetzt nochmal angehen wollten, auch mit euch gemeinsam überlegen wollen. Was sind denn Dinge, die ich tun kann, um Agilität in irgendeiner Form, nicht Agilität, um eine Kultur, aber vielleicht eben eine Kultur, die nicht Agilität auffrisst, so würde ich es mal sagen. Eine Kultur, die nicht Agilität auffrisst, sondern Agilität zulässt und vielleicht sogar fördert und damit gut zurechtkommt, um solch eine Kultur entstehen zu lassen. Das hört sich jetzt schon wieder zu. Oder dass sie entsteht. Was kann ich dafür tun, dass vielleicht sowas entstehen kann? Was kann mein Beitrag sein als Coach, als Führungskraft, als normaler Mitarbeiter, wie auch immer es sein mag? Was kann ich daran verändern? Das war so ein bisschen die Frage, die uns umgetrieben hat. Und das ist viel Vorrede jetzt gewesen, um uns jetzt mit dieser Frage mal zu beschäftigen. Was können wir denn wirklich tun? Was haben wir denn die Möglichkeit, statt nur zu hören, naja, Kultur, da kann man nichts machen. Das ist einfach so, die entsteht einfach. Ja, klar, Kultur hat mit Geschichte zu tun. Deshalb haben wir das mit Geschichten zu tun, die erzählt werden, die man wiederholt. Das ist einfach das Verhalten, was man lernt und was man den neuen Mitarbeitern, den neuen Leuten, die in diese Kultur reinkommen, erzählt, als das richtige Verhalten. Das ist ja eigentlich das, was Kultur ist, was hier auch so ein bisschen als Definition steht auf diesem Blatt da hinten. Dass ich Dinge lerne, Verhalten lerne und das gebe ich den anderen weiter, die neu dazukommen. Und dadurch werden die in meine Kultur aufgesaugt und verhalten sich dann genauso. Und das ist das richtige Verhalten. Und was kann ich tun, um da vielleicht eine Änderung zu erzeugen? Wir haben für euch Flipcharts vorbereitet. So ganz kurz an euch die Bitte, mal gemeinsam zusammenzuhelfen. Wir haben hier die Station für Kollaboration. Wir haben hier eine Station für das Thema Konkurrenz. Konkurrenz. Hier ist auch eine. Kreativität. Um mal zu überlegen, was sind Dinge, die sozusagen eine Kultur der Kreativität oder der Kollaboration stärken. Wo könnt ihr dazu beitragen, dass sich das stärker entwickelt? Vielleicht, wo seht ihr aber auch Aspekte, zum Beispiel bei Kontrolle, Hierarchie oder bei Konkurrenz, wo ihr sagt, das sind Dinge, die wollen wir beibehalten. Die finden wir unterschiedlich. Die wollen wir nutzen. Also so in dem Stil, wie auch vorhin gesagt. Es gibt natürlich auch, auch wenn man tendenziell sagt, der obere Bereich hört sich jetzt eher so an, als wäre das was, wo Agilität eher funktioniert. Gibt es sehr wohl Dinge, die in dem unteren Bereich auch relevant sind, attraktiv sind und nutzbar sind und ausnutzbar sind, um zu sagen, hey, wenn ich eine agile Transformation angehen will, dann kann ich diese oder diese Dinge aus einer sehr stark hierarchischen Organisation sehr wohl nutzen und mir zunutze machen und damit arbeiten, damit diese Transformation trotz alledem funktionieren kann. Aber jetzt machen wir euch die Bühne frei, damit ihr loslegen könnt, sonst ist nämlich der Slot zu Ende. Findet euch bitte mal in vier Gruppen zusammen. Ja, das ist okay, für euch mal einfach so ein Flipzeit zu stellen und überlegen, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich da sagen möchte, ich möchte, ich stelle mir vor, ich will eine agile Transformation in irgendeinem Unternehmen machen, da ist eine Kultur drin und ich habe hier Dinge, die hierarchischen Aspekte dieser Kultur, was kann ich da tun, um diese Kultur zu nutzen, für meine agile Transformation oder was kann ich, wenn ich so eine Konkurrenzsituation habe, hier sind ganz viele Stifte und sammle doch einfach mal Dinge und schreibe was auf. Vielen Dank. 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 Wir müssen einfach, wir haben nur begrenzt viel Zeit, das heißt vielleicht kurz noch mal setzen und ein Wrap-up machen, damit wir auch die Ergebnisse noch mal anschauen können gemeinsam und wir haben auch noch so ein paar Ideen dazu gehabt. Vielen Dank. Wir haben immer noch mal wieder. dahinter, ja, was könnte denn hilfreich sein allgemein, wenn wir so eine agile Veränderung haben und möchte mich in die Richtung bewegen, ja, agiler zu werden und was können wir dafür tun? Wir haben noch eine Minute, das schaffen wir natürlich nicht, aber es ist ja jetzt eine lange Pause, das heißt vielleicht brauchen wir zwei. Jetzt habe ich es natürlich geschafft und abzureißen, perfekt. Dann einer hält es und der andere klebt, dann kriegen wir das Vielleicht macht es auch schlimmer, ja. Kann sein, ja, ja. Dankeschön. Ne, das war auch nicht, das war auch nicht. Dankeschön. So, hm, so hat es auch gelissen. Sehr schön. Ja, genau, wir lassen das kleben, das war an, oder? Flexibel und agil, oben rechts. Okay, bitte? Ja, immer so, ja. Ich hatte vorhin bei deinem Vorlag schon, wollte ich auch noch sagen, Überraschungen sind halt immer da, Komplexität ist nämlich als Thema und du wirst, kannst nicht alles woher planen, weil Martin fragte und so weiter, aber gehen wir jetzt wieder darauf zurück. Ja, Uschi, bitte. Ja, wir haben so ein paar Punkte für die verschiedenen Dimensionen. Erstmal überhaupt, ihr braucht Raum für Innovation, für Experimente, ihr braucht auch die Möglichkeit so an der Fehlerkultur oder wir hatten gestern das Thema, dass man vielleicht gar nicht sagen sollte Fehlerkultur, sondern irgendwie Experimente oder wie haben wir es genannt gestern? Genau, ja, das steht auch da extra davor. Ich habe ganz bewusst Fehlerkultur in Anführungsstrichen gesetzt, weil ich finde das kein gutes Wort. Fehler ist was anderes als Misserfolg aus einem Experiment heraus. Ja, Lernkultur ist sicherlich aus Misserfolgen, ich sage extra nicht aus Fehler, sondern aus Misserfolgen lernen, wenn was schief geht und mich fragen, warum ist es schiefgegangen, was kann ich daraus lernen, das wäre wahrscheinlich das Richtige daraus, ja. So, Thema Clan, Culture, gemeinsame Ziele, geteilte Verantwortung, also wirklich in die Teams das geben, nicht die Einzelziele so stark betonen. Von der Hierarchie her, oder Hierarchy Structure, nutze Best Practices, weil viele Prozesse sind ja irgendwann mal aus Best Practices entstanden. Noch mal drauf gucken, welche sind sinnvoll, gerade für wiederholbare Tätigkeiten. Und das Thema Disziplin ist natürlich auch ganz interessant. Ja, man sieht bei Hierarchie eigentlich immer nur starre Prozesse und zehn Unterschriften, aber da ist auch viel Disziplin dahinter, die wir letztlich zum Beispiel in Scrum ja auch haben, bei den ganzen Events. Ja, da fallen mir immer wieder so Geschichten dazu ein, wo ich dann auch sage, ja. Die Agilität als Prozess zu beschreiben, ist zwar vielleicht nicht unbedingt das Idealste, aber wenn ich in einer sehr stark hierarchischen Kultur lebe, wo es alle möglichen Prozessbeschreibungen gibt, dann kann ich vielleicht diesen Kompromiss eingehen, um die Agilität den Menschen näher zu bringen, um eben diese Kultur positiv zu nutzen, indem ich eben das auch prozessual definiere und eben aber den Leuten beibringe, Prozesse dürfen sich auch verändern und zwar durchaus häufiger, indem ich in meiner Retro neue Erkenntnisse habe, etc. Ja, und wir haben zum Thema Markt, erzeuge Resultate für den Kunden, also den Kunden wirklich im Fokus nehmen, Erfolgsstories teilen, überhaupt das Thema, wenn ihr die Sachen voranbringen wollt, das sind oft Geschichten, die das supergut beschreiben, die Kultur und mit denen ihr diese Erfolgsstories weitertransportieren könnt. So, ich habe jetzt noch was, ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, das sind alles so die Farben, die ziehen sich ja so ein bisschen durch. Jetzt habe ich natürlich, Orange ist neu, das ist auch ein bisschen allgemein. Wir haben gesagt, okay, was kann ich denn überhaupt tun, um Kultur zu beeinflussen? Aber wenn ich schon keine Kultur planen und steuern und erzeugen kann, so kann ich doch gewisse, sagen wir mal, Wegweiser irgendwo an den Weg stellen und ein paar Leitplanken machen, damit ich gewisse Richtungen schon einhalte und was bewege, sodass ich das beeinflussen kann. Einer der Dinge ist Transparenz erzeugen, ganz viel steht hier auch schön drauf. Transparenz erzeugen und dabei den Herdentrieb nutzen. Menschen tun das, was sie bei anderen sehen und hören. Was andere Menschen sehen, was sie sehen und hören, was andere Menschen tun. Das machen die. Und das ist ganz, ganz wichtig und das sollte man extrem ausnutzen. Das wird Kultur ganz stark beeinflussen. Dann habe ich hier geschrieben, was ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist eben, das habe ich glaube ich am Anfang schon mal gesagt, macht euch das bewusst. Ja, nutzt vielleicht dieses Tool, was auf der anderen Seite ist, vielleicht auch nicht, aber macht euch bewusst, dass es eine Kultur gibt und dass ihr vielleicht daran arbeiten müsst, dass ihr mit dieser Kultur konfrontiert werdet und dass ihr gewisse Dinge tun müsst, um damit zurecht zu kommen, sonst wird es nichts, sonst wird eure Transition nicht funktionieren. Da bin ich überzeugt von. Ihr müsst euch damit beschäftigen, was für eine Kultur habe ich in dieser Organisationseinheit, wo ich Agilität einführen will, wo ich etwas verändern will. Und wenn ich diese Kultur, wenn die Kultur mir nicht alles kaputt machen soll, dann muss ich mich damit beschäftigen, dann muss ich mir überlegen, was ist das für eine Kultur und wie kann ich diese verschiedenen Dinge nutzen, über die wir jetzt gesprochen haben oder die ihr hier auch teilweise aufgeschrieben habt. Ja, was kann ich dafür tun? Und als letztes hier, ja genau, mein Lieblingsdienst vielleicht auch, jeder muss das tun, was er gerne hätte. Das heißt vorleben, vorleben, vorleben. Als Führungskraft, als Grammas, als informelle Führungskraft, als agiler Coach, egal wo du drin bist, die Leute schauen dich an, die Leute imitieren dich, die Leute, wenn du was sagst und es nicht machst, dann kannst du es gerade vergessen, sag ich mal ganz brutal. Das heißt, wenn du sagst, ich hätte gerne eine Kultur, die so oder so oder so ist, dann musst du dich genau so verhalten. Wenn du das nicht schaffst, dann wird es nichts. Das kann ich gleich versprechen. Wenn du einen Einfluss ausüben willst auf eine Kultur, lebe vor, wie du es haben möchtest, dann hast du eine Chance. Das ist keine Garantie. Nichts davon ist eine Garantie. Wird nie gehen. Es gibt keine Garantie, weil das kann ich nicht planen. Aber das sind Dinge, wo wir Chancen sehen, es zu beeinflussen. So, die Zeit ist vorbei. Wir haben aber noch ein bisschen Pausenzeit, glaube ich, sodass ihr in der Pause gerne zu uns kommen könnt und mit uns diskutieren oder Fragen stellen könnt. Aber ansonsten jetzt so im großen Plenum keine mehr leider. Wir danken euch fürs Mitmachen. Ja, danke. Und freuen uns auf Feedback. Applaus